Nachdem die harten Aussagen von Uli Hoeneß gegenüber Thomas Tuchel so ein bisschen den Fokus vom Sportlichen genommen haben, möchte ich im Vorfeld des Champions-League-Krachers zwischen Bayern München und Real Madrid eine kleine Vorschau auf das Spiel liefern. Dabei liegt mein Fokus vor allem auf Real Madrid, die diese Saison nicht immer überzeugend spielen, aber ergebnistechnisch wirklich unter dem Radar eine überragende Saison spielen. Klar, wir reden alle über Leverkusen, die noch ungeschlagen sind und man weiß grundsätzlich, wie gut Real drauf ist, auch diese Saison. Allerdings steht auch Real diese Saison nur bei zwei Niederlagen, jeweils auswärts bei Atletico in Liga und Pokal und bei Letzterum auch erst nach Verlängerung. Also wir reden hier von einem Team, das quasi nicht zu besiegen ist, aber im eigenen Stadion noch weniger. Zu Hause haben sie in der Saison noch gar nicht verloren und Bayern hat jetzt die Aufgabe, im Hinspiel dementsprechend vorzulegen. Das wird extrem schwer, aber ich versuche nun zu zeigen, wie in etwa das Spiel ablaufen könnte. Schauen wir erst einmal statistisch und später noch taktisch drauf, so wird es von Real kaum hohes Pressing geben. Was den PBDA-Wert angeht, sind sie in der spanischen Liga nur im Mittelfeld vorzufinden mit 12,1. Also ihr Pressing ist jetzt nicht allzu intensiv, da sie einfach grundsätzlich eher abwartend agieren gegen den Ball und nicht wirklich hoch pressen. Wenn dann nur mal situativ, aber auch nicht wirklich intensiv. Spiel das Bayern in die Karten eigentlich nicht wirklich gegen Arsenal, habe ich ja auch analysiert, sowohl hin- als auch Rückspiel. Schaut da gerne nochmal vorbei für, als ihr es noch nicht gesehen habt. Da hat man deren Pressing ja gezielt überspielt, um nach vorne zu kommen, im Hinspiel noch vermehrt über lange Bälle. Im Rückspiel dann immer wieder über die linke Seite mit Eric Dyer flache Lösungen hinten rausgefunden. Gegen Real wird das anders sein, da wird man eher einen tiefer stehenden Gegner bespielen müssen, die eher im Mittelfeldpressing abwartend agieren oder sogar noch tiefer und dann auf Konter lauern. Andererseits wird auch Bayern nicht hoch pressen und wieder eher abwartend agieren. Zumindest gehe ich da mal von aus. Gegen Arsenal hat man das schon so gemacht, auch im eigenen Stadion. Was so eine Grundsatzfrage ist, die sich aber damit beantwortet hat. Und mich davon überzeugt, dass man gegen Real mit Pressing-resistenten Spielern wie Groß und der Gefahr von Tiefenläufen von Rodrigo und Vini Junior erst recht nicht hoch anlaufen wird. Da wird Bayern im Ballbesitz von Real wahrscheinlich wieder wie gegen Arsenal in einem kompakten 4-für-2-Block stehen, im Mittelfeldpressing oder noch tiefer. Das wird auch durchaus eine Berechtigung haben, denn Real kann wirklich aus wenig viel machen. Sie sind zwar gut darin umzuschalten, aber sie können den Ball natürlich auch kontrollieren und gegen tiefstehende Gegner die Chancen rausspielen. Und vor allem, wenn wir hier mal schauen, die können aus wenig viel rausholen, haben in der Liga aus dem Spiel heraus fast 10 Tore mehr wie erwartet erzielt, sind noch bei Standard stark. Und generell mit Ball weißt du nie, wie sie es angehen werden, da sie einfach so viele Freiheiten von Ancelotti im Angriffsspiel bekommen, dass immer wieder neue Spielsituationen entstehen, die so im Vorhinein überhaupt nicht geplant sind, aber immer wieder gute Aktionen ermöglichen. Zum Beispiel hier im Rückspiel gegen Leipzig, auch in der Champions League, hat Real mit sehr vielen relationistischen Elementen gespielt, also dass die Spieler viel Freiheit im eigenen Ballbesitz haben und keine vorgeschriebenen Positionen besetzen müssen. Trotzdem sind bestimmte positionelle Vorgaben gegeben, wie die Flügelbesetzung, dass man die Breite im Spiel hält und den Gegner auseinanderzieht. Aber so ist es wirklich ein spannender Mix, den man hin und wieder sehen konnte in ihren Spielen, also nicht nur hier, auch in anderen Spielen. Aber man ist nicht auf diesen Ansatz festgesetzt, man hat auch immer wieder andere Varianten, hat es zuletzt auch des Öfteren gespielt, nämlich wie hier gegen Bilbao in einem klaren 4-2-4 agiert im Ballbesitz und da wurde die Struktur dann tatsächlich strikt beibehalten, immer im 4-2-4. Aber vor allem bei den offensiven Vier immer wieder viele Rotationen, wodurch man halt den Gegner auch durcheinander bringt und es dennoch gut auflösen kann. Selbst wenn der Gegner wie hier im 4-4-2 verteidigt, also alle Mann gegen Mann aufnehmen könnte, macht es das dem Gegner dennoch extrem schwer zu verteidigen. Ich meine, Bilbao hat da verdient 2-0 verloren, sind jetzt auch kein schlechtes Team in La Liga und auch Bayern wird im 4-4-2 agieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass Angelotti da eher den Ansatz wählt, den Spielern mehr Freiheiten zu geben, also den relationistischen Ansatz. Kleiner Kritikpunkt an Real im Ballbesitz ist, dass sie halt eben in der Saison keinen Fixpunkt vorne drin haben, keinen klassischen Stürmer. Rossellou kommt meistens nur von der Bank, Bellingham ist eben die Neuen, lässt sich aber extrem viel fallen und so hast du vorne drin keinen Spieler, der wirklich mal ein, zwei Innenverteidiger bindet und so Räume für andere kreiert. Aber gut, Bellingham hat dafür ganz andere Stärken, deshalb würde ich das jetzt nicht nur als Schwäche ansehen, aber wollte es zumindest mal anmerken. Mit 22 Expected Goals lassen sie auch gegen den Ball extrem wenig zu verteidigen, immer sehr aufopferungsvoll, haben tatsächlich auch nur 18 Tore aus dem Spiel heraus kassiert in der Liga. Zudem auch nach Standards nur zwei Gegentore, obwohl man da eigentlich deutlich mehr hätte kassieren sollen, was die erwarteten Gegentore angeht. Nichtsdestotrotz haben sie auch ihre Schwächen, zum Beispiel ist im Hinspiel Kavachal, der extrem underrated ist, gesperrt. Und auch die Flügelverteidigung ist nicht immer optimal, also das Zentrum hält man meistens relativ kompakt und kann da alles gut wegverteidigen. Den Flügel lässt man meistens eher offen, aber auch mit dem Hintergedanken, dass man im Zentrum einfach wirklich oft körperlich überlegen ist und dann Flanken oder ähnliches im Zentrum wegverteidigen kann. Aber zum Beispiel hier das Gegentor aus dem El Clasico, da kann es Barca ziemlich einfach verlagern auf die rechte Seite zu Laminiamal und der bringt dann eine Halbfeldflanke und letztendlich fällt das Tor. Ich glaube, da sieht man ganz gut, was ich meine, dass man dann den Fokus nicht wirklich auf den Flügel legt, um den zu verteidigen. Hier ist es auch ein guter Lauf von Fermin Lopez, der Linksverteidiger Kamavinga wegzieht. Also da kann Tuchel schon was rausholen mit einem guten Matchplan, je nachdem den Flügel immer mal wieder überladen. Mal schauen, was er sich im Ballbesitz einfallen lassen wird, da bin ich bei Bayern noch ein bisschen planlos, wie es dann aussehen wird. Man muss auch sagen, das Spiel im El Clasico war das letzte Spiel, bei dem Real so wirklich mit der Stammformation gespielt hat. Zuletzt hat man am Freitag 1-0 gegen Real Sociedad gewonnen, aber halt mit einer fast kompletten B-Elf gespielt, also die sind wirklich geschont. Alle Stammspieler, während es bei Bayern halt personell nicht wirklich allzu gut aussieht. Viele Verletzte haben jetzt zuletzt am Samstag gegen Frankfurt gespielt, so gut es ging rotiert, aber das wird auf jeden Fall spannend, wie es von den Kräften her aussehen wird in dem Spiel. Von daher erwartet uns ein Spiel zweier diszipliniert verteidigender Mannschaften, die das Spiel jeweils ruhig aufbauen können und dann im mittleren und letzten Spielfelddrittel taktische oder kreative Lösungen finden müssen, um zu Torerfolgen zu kommen. Ich würde sagen, der Ablauf des Spiels ist sehr greifbar, der Ausgang aber nicht, es kann ein Spiel sein, bei dem jede Chance drin ist und wird dennoch ein Spektakel erleben, könnte aber auch ein langweiliges 0-0 werden. Auf jeden Fall wird es relativ ausgeglichen und ein Duell auf Augenhöhe sein. Dass beide Mannschaften, insbesondere Real, aus dem Nichts gefährlich werden können, ist denke ich bekannt. Das soweit war meine Vorschau auf das Champions-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen Bayern und Real Madrid. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich werde natürlich auch nach dem Spiel wieder eine Taktikanalyse hochladen, also lasst mir gerne ein Like und vor allem ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!